Gerade und Ungerade ist ein einfaches Glücksspiel, welches darin besteht, dass man verschiedene Münzen oder sonstige kleine Gegenstände in die Hand nimmt, letztere schließt und einen anderem erraten lässt, ob die Zahl derselben eine Gerade oder Ungerade sei. Geschichte Dieses Spiel war schon den Griechen und den Römern bekannt. Im Krönitz-Lexikon von 1858 heißt es dazu, eine mittelalterliche Erwähnung findet sich im Renna des Hugo von Trimberg. Ähnlichkeit besitzt dieses Spiel auch mit dem Fingerspiel Mora oder Fingerlosen, wobei man schnell eine Anzahl Finger einschlägt oder ausstreckt und indem man die Hand verborgen hält, die Anzahl derselben von einem anderen erraten lässt. Gerade und Ungerade ist auf der Liste verbotener Spiel des KUK-Justizministeriums von 1904 aufgelistet. Adaption Unter dem Namen Gerade und Ungerade ist auch ein Vorläufer des Roulettespiels im 18. Jahrhundert bekannt in den Wetten auf Per bzw. Im Perlebt diese frühe Form im modernen Roulette fort. Siehe auch Schere, Stein, Papier, Referenzen Meyers Konversationslexikon 1885 zu 1892 Stichwort Gerade und Ungerade Untertitelung des KUK-Justizermin